Ein anderes Mal während meiner Tätigkeit als Berater eines Schulbezirks äußerte eine Lehrerin, ich hasse es, Noten zu geben. Ich finde nicht, dass Noten irgendwie helfen und sie machen den Schülern viel Angst. Aber ich muss Noten geben. Das sind die Vorschriften der Schulbehörde. Wir hatten gerade geübt, wie man in der Klasse eine Sprache einführt, die das Bewusstsein über die Verantwortung für die eigenen Handlungen stärkt. Ich schlug vor, dass die Lehrerin ihre Behauptung, ich hasse es, Noten zu geben, weil die Schulpolitik es vorschreibt, übersetzt in, ich entscheide mich, Noten zu geben, weil mir wichtig ist. Sie antwortete ohne Zögern, ich entscheide mich, Noten zu geben, weil ich meinen Job behalten möchte. Und schnell fügte sie noch hinzu, aber das sage ich nicht gerne. Da fühle ich mich so verantwortlich für das, was ich tue. Deshalb möchte ich ja, dass du es so sagst, erwiderte ich. Ich teile die Empfindungen des französischen Romanciers und Journalisten Georges Bernanot, wenn er sagt, Ich denke schon lange Folgendes. Wenn eines Tages die immer wirksamer werdenden Zerstörungstechniken schließlich dazu führen, dass unsere Spezies von der Erde verschwindet, dann wird es nicht Grausamkeit sein, die für unsere Auslöschung verantwortlich ist, und natürlich noch weniger die Entrüstung, die durch die Grausamkeit geweckt wird, oder die Vergeltungsmaßnahmen und Racheakte, die daraus erwachsen, sondern die Schwäche, der Mangel an Verantwortung im modernen Menschen, seine falsche, unterwürfige Akzeptanz einer jeden Anordnung von oben. Der Horror, den wir schon erlebt haben, und der noch größere Horror, den wir noch erleben werden, sind keine Anzeichen dafür, dass Rebellen, Menschen, die sich nicht unterwerfen, die sich nicht kleinkriegen lassen, in zunehmender Anzahl auf der ganzen Welt zu finden sind, sondern eher, dass es eine konstant steigende Zahl von gehorsamen, schwachen Menschen gibt.